Das Leben ist wie eine Schattel verlieben. Man weiß nie, was man bekommt. So würde es eigentlich mal ein Schwerchen auf diesen Reihen ziehen lassen. Denn nach sieben Jahren wie bei der Luxschule ist Zeit, einen Preis zu schaffen, der losgelöst von dem Preis, der bei der Lux eine Besonderheit darstellt, etwas Besonderes ist für einen besonderen Menschen. Einen Menschen, der niemals im Voraus wissen wird, dass er diesen Preis erhält. Der Dinger rückt ihren Preis. Mama hat immer gesagt, Schuhe können dir über einen Menschen ganz schön viel erzählen. Diesen berühmten Satz haben wir zum Anlass gewonnen. Denn was passt besser zu einem Ehrenpreis, deren Entstehung auf der Platz haben wir benutzt, dass es so Schuhe gibt. Schuhe, die uns auf die Bühne der dieser Welt tragen, uns nun aufsehen lassen, uns umfahren lassen, uns nun und wieder aufstehen lassen. Egal, wo das Witz für uns führt. Mama erzählte viele über Liebe, das Miteinander, das Führende an der Arbeit. Sie erzählte vom Leben, Geborgenheit und Schmerz. Der jährigste Verlieb zum Verleihende Dinger, der mit Ehrenpreis, ein Preis, der einem Menschen überwältigt ist, den wir stets in unserem Herzen tragen. Der da ist, wenn man ihn braucht, um den Menschen kommt. Der kämpft, um die Rechte von Schwulen, lässt nur durch sein Tun und Handeln uns Anlagen bestärkt, menschlich zu sein. Ein Mensch zu sein. Ein Mensch aus weißem Blut, mit Gedanken, mit Visionen, mit Gefühl, mit Ehrgeiz, mit Besessenheit. Ich bin mein guter Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Liebe ist die vollkommenste Form der gegenseitigen Anerkennung. Liebe ist das wertvollste Gut auf dieser unserer Erde. Egal, was passiert. Das ist alles, was ich darüber sagen kann. Mama hat immer gesagt, man muss die Vergangenheit hinter sich lassen, bevor man weiterlauft. Der Dinger nützt, ebenfalls. 2016 geht an. Oh, wir haben internationale Gäste hier. Wow. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Diebe. You're so sweet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Frankfurt. Frankfurt. Peter Penis und Günzel Gips mir mit Einzelheiten. Hier ist exklusiv, ihr Star-Magazin. Ich bin Jessica Walker. Ich glaube, der will meine Nummer haben. Wie heißt du denn, du Sau? I'm international. Deswegen ist ja dein Arsch so eng geworden. Hier ist wieder Jessica Walker. Und das war's für mich jetzt an dieser Seite. Und das war's für mich jetzt an dieser Seite. Jessica! 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 Ich brauche mal einen Rocker. Ist ja auch gescheuert. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ähm... Ja... Ja... Ah... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie können ja erstmal Jessica trafieren, dass es auch schön aussieht für ein paar Fotos.